Schönen guten Sonntagabend und danke alle fürs Einschalten. Wir machen heute unseren ersten Livestream, das auch für mich eine ganz tolle Erfahrung, und zwar zum Thema Durchstarten als Immobilienmacher. Ich muss mich für die Italiener audience entschuldigen, dass wir diesen ersten unseren Livestream-Test machen in der deutschen Sprache, weil es mir eher natürliche ist, aber ich promette, dass in Zukunft auch irgendwer in der Italiener Sprache machen. Gut, los geht's weiter. Durchstarten als Immobilienmacher. In meinem näheren Umfeld sind immer wieder Leute, die mir ansprechen und sagen, Stefan, was denkst du, hätt ich eine Chance als Immobilienmacher, die Sache würde mich interessieren, auf was muss ich Acht geben, oder ist der große Boom schon vorbei und kann man heute nicht mehr Gas geben als Immobilienmakler. Der Stream heute sollte vor allem für alle Leute da sein, die was mit dem Gedanken spielen, in der Branche einzusteigen, die generell noch nicht wissen, was sie am Leben machen möchten und vielleicht ein bisschen einen Schubs in die richtige Richtung brauchen, und für jeden, der was Sonntag nachmittag nicht weiß, was werden. Nein, scherz beiseite, für jeden, der was einfach ein bisschen einen Einblick haben will in die Thematik, wie es überhaupt ist, als Immobilienmakler zu arbeiten und auf was man einfach Acht geben sollte. Ja, wo fange ich da am besten an? Zum ersten Mal ist es so, dass eigentlich bewusst sein muss, dass ein Immobilienmakler ein Unternehmer ist. Es gibt zwar Formen, wo man auch im Angestelltenverhältnis als Immobilienmakler arbeiten kann, es gibt Unternehmen, die das anbieten, aber zum großen Teil ist es so, dass die Makler-Tätigkeit eigentlich eine unternehmerische Tätigkeit ist. Und wir können uns jetzt auch nicht auf den einen Makler von 100 konzentrieren, der was das im Angestelltenverhältnis macht, deshalb ziehen wir da einmal eine reite Linie und sagen, der Immobilienmakler ist Unternehmer. Das dürfte, denke ich, jeden einleichten. Somit ist die Frage, die du dir vorstellen musst, will ich Immobilienmakler werden? Will ich Unternehmer werden? Das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung und die Entscheidung kann und wird dein Leben verändern. Es ist ja so, dass ein Unternehmer oft einmal angesehen wird als jemand, der was mehr Spaß hat in seinem Beruf oder als jemand, der was mehr wert ist vielleicht wie jemand anders. Schau es so aus, als ob das Unternehmertum irgendwie so die Lösung war für alles. Das heißt, wenn ein Heimdorner sagen kann, was macht dein Freund beruflich? Und dann hast du ein freundliches Unternehmer und dann sagst du, ja, toll, toll, interessant, dann wird er sicherlich viel Geld verdienen. Ich bin jetzt 13 Jahre Unternehmer und ich kann sagen, ja, es stimmt, es ist eine spannende Aufgabe, es ist eine Entscheidung, was auch mein Leben verändert hat, aber es ist nicht gleich voller rase Fiori, wie die Italiener sagt, es ist kein Zuckerschlecken. Unternehmer zu sein, bedeutet auch, Selbstzweifel zu haben. Unternehmer zu sein, bedeutet auch, sich aufopfern, sich aufopfern für einen Traum. Um sechs in der Früh im Büro zu sein, während die Sekretärin vielleicht erst um neun kommt, einmal keinen Urlaub zu machen für vier, fünf Jahre. Oft einmal schlaflose Nächte zu haben, weil man wichtige Entscheidungen treffen muss, wo man nicht sicher ist, ob es gut ausgeht. Das soll es auch Unternehmer sein. Und deshalb gehe ich in die und frage dich selber, will ich meine besten Jahre aufopfern und einem Traum verfolgen oder einem Traum nachjagen, der vielleicht auch nicht in Erfüllung geht. Und wenn du jetzt sagen solltest, Stefan, nein, will ich nicht, dann geht das wirklich, wirklich, wirklich in Ordnung. Also mach dir keine Sorgen, du bist wegen Samen jetzt nicht weniger wichtig. Und es gibt so viele tolle Sachen, was das Leben dir bieten kann, Familie, Hobbys, Freundschaften, die Welt bereisen, das mindestens gleich wichtig ist, wie erfolgreich eine Karriere aufzubauen, wenn nicht vielleicht für gewisse Leute sogar wichtiger. Solltest du dir aber entscheiden, den Schritt zu machen, und du sagst, Stefan, ich bin bereit, ich opfer meine besten Jahre diesen Traum und schmeiß mich ins Haifischbecken, dann herzlich willkommen. Es erwarten die spannenden Jahre. Nicht gleich schäne, aber auf jeden Fall spannende Jahre, weil du wechselst die Sicherheit, die du vielleicht in einer anderen Form von Arbeitsverhältnis hast, gegen das Abenteuer, sich sein Unternehmen selber aufbauen zu dürfen. Ich denke, bis dahin dürfte soweit alles klar sein, und ich hoffe, es funktioniert mit Audio und alles gut. Ich möchte ein Thema noch ansprechen, was vielleicht wichtig ist. Wir haben jetzt gesagt, der Immobilienmakler ist Unternehmer, und somit muss man sich in erster Linie einmal dafür entscheiden, Unternehmer zu sein. Aber, wenn man sich das eine entschieden hat, heißt das noch lange nicht, dass die Immobilien dein Ding sind, dass der Immobiliensektor das ist, wo du erfolgreich wirst. Deshalb stell dir die Frage, warum Immobilien? Wie kommst du auf das? Warum gerade Immobilien? Es gibt so viele Sachen, was man machen kann, auch im Unternehmertum. Du kannst Krypto handeln, du kannst NFTs handeln, du kannst etwas Bodenständiges machen, wie zum Beispiel ein Handwerk als Unternehmer durchführen. Und das ist bei weitem nicht letzter. Das heißt, man darf auch als jungen Leute, die man hier zuschauen, müsst ihr auch mal verstehen, dass ich keine Hydrauliker kenne, die fahren in viel größeren Burschen wie so manche Immobilienmakler. Das heißt, wenn es gleich um Erfolg geht und um finanzielle Freiheit, dann wird es auch in ganz, ganz bodenständigen Tätigkeiten oft schneller fündig, wie vielleicht in irgendwelche Sachen, die gerade aktuell modern sind. Deshalb sollte es schon auch verstehen, warum es Immobilien sein sollte. Und wenn die Antwort ist, ich möchte schnell viel Geld verdienen, wenn es selbe deine Antwort ist, dann kann er gratulieren. Dann bist du sicher, kein guter Immobilienmakler. Deshalb kannst du Sam im Endeffekt davon ausgehen, dass das vielleicht nicht das Richtige für ist. Oder was denkt es? Denkt es wirklich, dass jemand erfolgreich wird, wenn er in erster Linie fürs Geld arbeitet? Das heißt, wenn du so ein kleines Kind fragst und sagst, was willst du werden, wenn du erwachsen wärst? Ich will reich werden. Klingt komisch, oder? Werde es mir wahrscheinlich beipflichten. Deshalb geht es hinein, und sagst, wenn es Immobilien sind, warum es Immobilien sind? Und dann gibt es viele Lösungsansätze. Das Tolle ist in der Branche, dass viele Leute aus verschiedenen Richtungen herkommen. Das heißt, oftmals hast du als junge Mädel, was Immobilienmaklerin wird, die möchte einfach gern mit Menschen arbeiten. Die möchte das Leben von Menschen verändern. Und selbe ist, denke ich, ein super, super, super löbliches Ziel, und ich kann dem Leib beipflichten. Dann gibt es aber, ich sage jetzt mal in Ex-Geometa, der sagt, meine Immobilien interessieren mich, ich bin lange in der Statik gearbeitet, heißer, es sind allem schon mein Ding gewesen. Und dann gibt es auf der anderen Seite vielleicht, wie ich, der, was aus der Finanzbranche kommt, der sagt, ich möchte etwas verkaufen, was die Leute anfassen können, was Bestand hat. Ich möchte am Abend durch die Straße fahren und einen Neubau sägen und sagen, wenn ich dem Bauträger nicht den Grund verkauft hätte, nur dass das Haus daheim entstehen. Das seien die Ziele, was man verhoben kann, warum, und die Beweggründe, warum man im Immobiliensektor einsteigen sollte. Ist dort etwas drunter gewesen für eigentlich? Ist dort draußen jemand in der Audience, auf den es zutreffen kann, der sagt, ja, genau, mit Leuten zu arbeiten, war genau meins. Oder Immobilien haben mich auch interessiert. Wird geschehen auch der eine oder andere darunter sein, auf den das zutrifft. Weil, wie gesagt, Mittag eben, niemand arbeitet wirklich fürs Geld. Das heißt, logisch, jeder muss seine Miete zahlen, jeder muss Benzin zahlen und am Anfang, wenn du anfängst, ist Geld sehr rar, weil am Anfang kennst du keinen, keiner kennt die und du kennst die auch nicht aus. Deshalb bist du froh, um jeden Mietvertrag, den du machst, bist du froh, ob du jede Schätzung, die du gezahlt kriegst. Aber wenn du das Ganze dann gräser wirst, dann wirst du schon bald verstehen, dass es nicht mehr als Geld ist, was vorrangig ist. Du schaust einfach, die in deinem Markt zu positionieren. Somit arbeiten wir nicht für Geld. sondern wir arbeiten für einen Traum und wir arbeiten vor allem daran, sich selber zu verwirklichen und sich selber auch, so geht es einmal, weiterzuentwickeln, um dem Traum näher zu kommen. Entscheidlich im Endeffekt denke ich das, was es gut trifft. Aber wie erreicht man den Traum? Was unterscheidet den erfolgreichen von wenig erfolgreichen Unternehmern? Das wird sicherlich auch in keinem Umfeld leid haben, das probiert haben, was weggeklappert hat. Ich mache hier einmal ein Beispiel. Oder besser gesagt, ich fange mal an mit ganz einer frechen Aussage. Ich behaupte, dass jeder Mensch erfolgreich werden kann in der Branche und ich behaupte des Weiteren, dass es keinen Grund gibt, warum es bei dir nicht klappen sollte. Unabhängig. Vielleicht kannst du nicht gut Italienisch, dann lernst du es. Vielleicht bist du nicht so gut mit Leid, kann man alles lernen. Es gibt keinen Grund, warum es bei dir nicht funktionieren sollte. Glaub mir, glaub mir, wirklich. Ihren Leid kennengelernt, den hätte ich am Anfang nicht unbedingt jetzt alles zugetraut, aber die haben mich dann begeistert, die haben sich dann fokussiert, die haben dann Blut gelegt und die haben sich dann voll eingesteigert in die Sache und die sind wirklich, wirklich, wirklich erfolgreich geworden. Die haben in einer kurzen Zeit sehr viel erreicht, was wenige Leute in ihrem Umfeld als möglich empfunden hätten. Und ja, das heißt, jeder kann es und deshalb gibt es auch keine Ausreden. Das bedeutet, es hängt gleich vom Direr und wenn es nicht klappt, dann bist du schuld. Das klingt jetzt hart, aber das ist halt das vorschneidige Schwert, wenn es für jeden klappen könnte und wenn jeder das eigentlich erlernen kann und gut drin werden kann, dann hängt es gleich mal vom Direr. Und deshalb möchte ich jetzt das spezifische Thema ansprechen und zwar die Komfortzone. Das ist eine Sache, ich denke, die man sehr viel in den sozialen Medien hört, wo man auch die Mentoren und die Motivatoren das Thema ein bisschen antasten und ich denke, vielleicht ist ja schon viel zu viel darüber geredet worden, aber trotzdem möchte ich noch einmal das Thema ansprechen und ich möchte es mit einem Fallbeispiel machen. Stell dir Folgendes vor, sagen wir mal Freitag Nachmittag vier du musst unbedingt noch das Steiergesetz durchlesen, du kennst die paar Steier und es ist nicht so flaus und eigentlich ist das Gesetz eigentlich italienisch, du weißt schon in vornherein, du verstehst eh leider die Hälfte und das ist eine Sache, die dich stresst, eine Sache, die so nicht passt, das willst du nicht machen. Und es wird so, dass deine Frau Lasagne kocht. Du hast zwar gesagt, du kimmst nicht, weil du musst noch was machen, aber die Frau kocht Lasagne und Lasagne ist dein Leibgericht und dann fangst du um bei dir zu nogen. Dann sagst du, ja, ist schon wichtig, das Steiergesetz, so, boah, Lasagne, 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 Lasagne ist schon geil. Das war jetzt ja lustig, Lasagne, ehrlich gesagt. Und sagst du dann, ja, und außerdem Work-Life-Balance und darf nicht zu viel Arbeiten haben wir immer gehört und du verschiebst auf morgen und dann auf übermorgen und dann auf übermorgen und irgendwann mal vielleicht in ein Jahr schaut das Steiergesetz um. Das kennst du jetzt wahrscheinlich. Vielleicht nicht spezifisch jetzt auf den Fall, aber es gibt vielleicht den Freund, den du nicht umleiten willst, weil du mit ihm gestritten hast. Es gibt vielleicht die Ex-Freunde, den du auf der Straße treffen willst, weil es vielleicht nicht so gut ausgegangen ist. Das ist einfach eine Sache, was ich unbehagen hat und das ist, wenn du das spielst, das ist die Komfortzone. Das heißt, der Mensch tendiert dazu, sich Strukturen zu bilden, die er kennt, ein kleines Habitat, in dem er sich wohlfühlt, gut, weil er es gewohnt ist, weil er vielleicht sogar gut drin ist. Deshalb macht man allem das, was man gut kann. Wenn der Sportlehrer sagt, was macht man für einen Sportler, dann sagt er Fußball, weil Fußball bin ich gut. Das ist ganz natürlich, aber es ist auch ganz natürlich, dass nicht jeder Unternehmer erfolgreich wird. Deshalb muss man oft einmal gegen die natürlichen Sachen ankämpfen. Es gilt wirklich, aus der Komfortzone außerzugehen und die Komfortzone zu erweitern. Passen wir jetzt kurz zusammen. Wir leben alle in unserer kleinen Blase, in unserem kleinen Happy Place, hat er mal in einem Film geheißen, wo einfach alles toll ist, wo alles schön ist, wo man sich wohlfühlt, wo man sich geborgen fühlt und wo man herrisch über die Situation. Und gerade das muss man aufbrechen, um neue Welten kennenzulernen und sich selber weiterzuentwickeln. Falls ich das oft schwerfällt, und das ist schwer, das fällt auch mir schwer, jeden Tag wieder, wo ich frage mich oft einmal, warum bin ich so da, wieso kann ich das nicht, wieso kann ich mich einmal konzentrieren auf die Sache, was mir nicht so gefällt. Dann oft einmal picke ich mir so kleine Sätze hinaus, die mich einfach motivieren und mir den Anschub geben, den was ich oft einmal brauche, wenn ich auch selber nicht gerade in super motivierter Laune bin. Und zwar, wenn es um das Thema Komfortzone geht, ein Spruch, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, der mir gut gefällt, wenn du das machst, was du Alben gemacht hast, dann kriegst du das, was du Alben gekriegt hast. Lass das mal sacken. Es bedeutet, wenn du aus deiner jetzigen Situation vielleicht nicht unzufrieden bist, aber du möchtest was anderes haben, dann musst du was anderes tun. Die weiterentwickeln, über deine Grenzen hinaus wachsen und oft einmal die Komfortzone einfach ausgedrucken. Klingt jetzt einfach, ist de facto sehr schwierig, aber wenn man wenigstens weiß, was die Aufgabe ist, dann weiß man wenigstens, wo anfangen. Das heißt, jedes Mal, wenn du fühlst, das passt mir jetzt nicht so, du bist auf dem richtigen Weg. Gut, das heißt, du möchtest auf das Thema, obwohl es so wichtig ist, jetzt auch nicht länger weiter eingehen, aber wichtig ist zusammenfassend auch einfach zu sagen, wenn du deinen Traum verwirklichen willst, wenn du etwas Spezifisches haben willst, du willst Macht haben, du willst Reichtum haben, Anerkennung, dann werde zu dem Menschen, der es sich verdient. Es gibt viele Interviews, wo sie Millionäre interviewen, wie war die erste Million, sie sagen, ich muss gerade auch fallen, dann ganz, ganz natürlich einfach kommen. Jetzt gehen wir mal schauen, der da alles. Ich möchte noch ein weiteres Thema angehen mit Enk, und zwar, das ist eine Sache, was jetzt leihspezifisch, was leihspezifisch jetzt die Immobiliensektor betrifft. Es wird es mir recht geben, oder gibt es mir recht, wenn ich sage, es ist leichter, es aufzubauen, wenn man sich von der Konkurrenz schafft, abzugrenzen. Wenn man so ein Alleinstellungsmerkmal hat, eine sogenannte Unique Selling Proposition, wie es im amerikanischen heißt, oder abgekürzt oder abgekürzt USP. Das ist aber als Immobilienmakler nicht so einfach. Warum ist es nicht so einfach? Es gibt einen spezifischen Grund, weil du bist nicht reiner Dienstleister und du bist auch nicht Produzent. Das heißt, auch wenn du der Beste bist, aber du hast nicht die geeignete Wohnung, ist die Dienstleistung eigentlich relativ. Auf der anderen Seite kannst du dich nicht über das Produkt definieren. Das ist nicht wie beim Schuster. Wenn du nicht der Schuster bist und der Schuster macht den besten Schuch im Dorf, dann kommen die Leute, die Leute sprechen sich um und sagen, schau, der Schuch ist der Heblänger, der ist preis-leistung günstiger oder was auch immer. Und das geht an Immobilienmakler nicht, weil wir das Produkt, das wir haben, nicht selber produzieren. Deshalb ist es umso mehr wichtig, eine Marke aufzubauen. Wer willst du sein? Wer willst du in der Branche sein? Denk mal drüber noch. Es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt den, der einfach der Fleißigste sein will. aus allem für einen Kunden da ist, der um halbe zwölf auf Nacht am Sonntag noch zurückschreibt. Der einfach total sich mit dem, total in dem Thema einhaut und wirklich sich aufopfert. Dann gibt es im Weg hingegen über die Empathische oder den Empathischen. Gender-free. Das heißt, es sind die Leute, die einfach den Menschen so, so gern haben. Da geht es vor allem um Immobilien, aber die kaufen bei dir, die ziehen das neue Haus und mit dem kannst du noch stundenlang nach Notarakt Kaffee trinken gehen und was essen gehen und du bist fast wie ein Freund für dich. Und dann gibt es irgendwo auch in Innovativen, dass sich neue Technologien aneignet, der schaut moderner zu sein und die andere. Nehmen wir mal an, unter Inser Audience gibt es jemanden Markus? Jetzt haben wir jemanden mit dem Namen Markus. Schau mal, ich drehe jemanden mit dem Namen Markus. Schauen wir mal. Allora, es gibt einen Manuel, Markus weiß es, die ist so nicht da. Okay, auf jeden Fall zurück zum Thema. Stell dir vor, es gibt jetzt jemanden, wo du denkst, du hast Markus und der möchte Immobilienmakler werden. Da ist die Sache eigentlich relativ simpel. Wenn der Kunde dir weiter empfiehlt, dann sagt er, ja, ich habe ihn bei Markus gekauft oder bei Markus gekauft oder verkauft, weil der Markus und das ist dein USB, das ist das, was die einzigartig macht. Weil der Markus besonders sympathisch ist, weil der Markus ein Freund ist, weil der Markus all für mich da war, weil der Markus professionell ist. Zusammenfassend musst du einfach, wie soll ich sagen, ausstechen aus der Masse. Du musst einfach was Besonderes sein. In welcher Art auch immer. Du kannst auch, ich sage jetzt mal mit deinem geringen Anzug rüber rein, hast du, der Markus ist der mit dem geringen Anzug. Reicht vielleicht nicht, aber es ist immerhin auch ein Alleinstellungsmerkmal. Alles klar. Dann kommen wir zum Thema, was mir auch am Herzen liegt, was ein bisschen Alben wieder, wie soll ich sagen, vergessen wird. Du bist der geile Dude, der sich entscheidet, Unternehmer zu werden. Du sagst, Immobilien ist das, was du machen willst und du sagst auch, ich habe jetzt mein USB auch entwickelt, ich weiß genau, wo ich im Markt stehen will. Trotzdem kann es allem noch sein, dass du nicht erfolgreich wirst, weil die Idee allein reicht nicht aus. Du musst die PS, die 700 PS, was dein Sportwagen, deine Ideologie, dein Traum hat, auf die Straße bringen. Es nutzt das schnellste Auto nicht, wenn du nicht fahren kannst. Was will ich auch sagen? Ich bringe den Punkt, ist Struktur. Du musst deinem Leben Struktur geben. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte der geilste Immobilienmakler im Finchgau werden. Du sagst, ich bin ein Finchgau, ich bin ein Schlanderer, sicherlich auch jemand unter der Audience, der aus dem schönen Finchgau kommt und ich möchte einfach der Chef sein in dem Tal. Ich möchte jeden kennen, ich möchte jeden Deal machen, ich möchte einfach der Marktführer sein. Dann sage ich, ja, why not? Ich kenne den Markt im Finchgau, es gibt mehrere kompetente Kollegen, aber es gibt jetzt nicht den Marktführer. Es wäre auf jeden Fall ein Platz für dich. Was tust du dann, ob er als zukünftiger Marktführer vom Finchgau um 8. in der Früh im Büro im ersten Arbeitstag ist die Frage, wie strukturierst du das? Wie gewichtest du die Aufgaben? Wie fängst du an? Wie kategorisierst du die ganzen Sachen? Ich möchte da auch nicht zu tief in das Thema eingehen, weil es sehr, sehr komplex ist. Ich will es gleich mal angedeutet haben, dass auch wenn du die geile Idee hast, voll motiviert bist, der richtige Unternehmer bist für das Thema, aber du gibst deinem Leben nicht Struktur, dann kann es sein, dass du im Wald vor lauter, vor lauter Bahn mit sich. Das ist ganz wichtig. Ich gebe euch vielleicht einmal ein Beispiel, das kennt vielleicht jeder. Du gibst einem angestellten Verhältnis, du hast einen Arbeitstag gehabt, du kommst auf Nacht heim und die Frau sagst, und ich war dein Tag. Dann sagst du, ja, ja, ich habe eigentlich acht, neun Stunden gearbeitet, aber ich weiß nicht, ich fühle mich nicht, ich fühle mich nicht, was soll ich sagen, ich fühle mich nicht, ich fühle mich nicht, ich fühle mich nicht, dass ich irgendwas weitergebracht habe. Und das kann, die Stagnation, das irgendwie Festform in der täglichen Routine, das gibt es ganz oft. Man macht ein paar Sachen, Büro aufräumen, das Archiv neu ordnen, Antigeldwäsche, Formulare ablegen, aber eigentlich bringt das nicht weiter. Das heißt, eigentlich bringt das dem Ziel nicht weiter, das muss gemacht werden. Das heißt, das ist aber auch ganz wichtig, dass du verstehst, dass gewisse Sachen die weiterbringen und andere Sachen sind einfachlei unter Anführungszeichen Beschäftigung. Und somit allem aufpassen, dass du nicht im Loop der Beschäftigungen verwirrst und kostbare Zeit, kostbare Lebenszeit, kostbare Fokuszeit vergeudest. Gut, ich habe jetzt noch ein Thema, ich habe noch ein Thema, was mir persönlich am Herzen liegt. Und zwar eine Sache, die eher auf emotionaler und persönlicher Basis jetzt wichtig ist. Wir haben jetzt das Ganze strukturiert, wir haben dem Ganzen jetzt eine Richtung gegeben. Das heißt, du weißt, wenn du diese Sachen befolgt, auf was musst du achten, auf was musst du Wert legen. Und jetzt nehmen wir mal an, es funktioniert. das heißt, du bist jetzt im Game und machst deine ersten Deals. da gebe ich dir einen Rohlschluck mit. Ich weiß, der ist extrem schwer zu beherzen, aber es ist extrem wichtig, um langfristig eine Marke aufzubauen und langfristig erfolgreich zu bleiben. Deiner Liebe, dir zuliebe, wie gesagt, dir zuliebe, bleib auf dem Boden. Ich weiß, der Immobilienmarkt kann sehr lukrativ sein. Es ist passiert, dass junge Unternehmer, die gerade von der Handelskommission außer sein, einen großen Deal gemacht haben, hoch sechsstellige Provisionen verdient haben und das schnelle Geld ist super verführerisch und es kann dich aber leider auch vom richtigen Weg abbringen. Das klingt jetzt schon wie die dunkle, die helle Seite da macht. Aber ich denke, dem zugrunde liegt ein sehr natürlicher Wesenszug von Menschen, der was einfach, wenn etwas gut geht, das sich meistens allein zuschreibt. Ich meine das, wenn etwas gut funktioniert, dann war ich es. Unabhängig, ob es ein glücklicher Zufall war oder ob vielleicht der Markt sein Teil beigetragen hat, dass es aktuell so gut läuft. Nein, in erster Linie war ich es. Wenn es gut läuft, mein Ruhm, wenn es schlecht läuft, dann Schuld von den anderen oder Schuld vom Markt oder Unglück oder was auch immer. Aber so funktioniert es nicht. Das heißt, die eigene Rolle ist in beiden Fällen entweder relativ oder nicht so relativ. Wieso wichtig oder nicht so wichtig, also relativ. Wie kann ich das am besten beibringen, sodass es das gut versteht? Nehmen wir folgenden Fall. Du lernst beim Golfspielen einen deutschen Unternehmer kennen, der was im Endeffekt eine Liebe hat zu Disney und der seit Kindesjahren hat er so den Traum, sich so ein Schloss zu kaufen, wie er in Disney halt, du warst ja, wo den Regenbogen drüber geht, ich glaube, das ist das Schloss Neuschwanstein, glaube ich, in dem es noch empfunden ist. Und das ist ein Lebenstraum und aus irgendwelchen finanziellen Glücksfällen hat er halt jetzt auch die finanzielle Power, um so ein Schloss zu kaufen. Das heißt, du lernst beim Golfspielen kennen. Du kannst es mir, glaube ich, beipflichten, dass so etwas möglich ist. Er macht ja ein geiles Marketing. Hey, cool. Achso, läuft das da. Retirement. Okay, nice. So, totale Foden verloren. Ah ja, wir lernen den deutschen Unternehmer beim Golfspielen kennen, kann passieren und passt. Jetzt, wie es der Zufall so will, ist ein alter Schulkollege von einer Frau Gärtner bei einer Adelsfamilie, der ihr Schloss verkauft. So. Jetzt hast du beide Puzzleteile, die du brauchst. Jetzt machst du ein Match. Verkaufst für 10, 15, 20, 25, 30 Millionen Euro das Schloss. Und logischerweise versteht es, glaube ich, alle, dass bei so auch ein Endwert diese Provision auch dementsprechend auch ausfallen Wert. Die Frage ist jetzt, stellt sich die Frage mal selber, wie groß im Prozentsatz war denn da wirklich die Bravour und der Einfluss von dem Makler? Wie viel kannst du da in dem Fall selber zuschreiben und wie viel war wirklich, sag ich jetzt mal, der Glücksfall? Ich will jetzt auch nicht die Arbeit, ich will jetzt auch nicht die Arbeit unter dem, jetzt schlecht reden. Logisch, ich möchte mich herter vermitteln müssen und den Deal irgendwie, irgendwie, in trockenen Tüchern wickeln, aber der eine hat es gewählt, der andere hat es gekauft. Das ist aber schon gute Grundvoraussetzungen, würde ich sagen. Aber kann man so etwas planen? Kann man sich auf so etwas verlassen? Wenn ich heute ein Unternehmen aufbauen will, was Bestand hat, wenn ich nicht allein Hit and Run machen will und sage mal, gut, ich tappe jetzt drei Schlösser aus, ich gehe in Pension, sondern wirklich etwas aufbauen will, was ja eigentlich jeder Unternehmer machen sollte. Kann ich mich auf das verlassen? Kann ich mich verlassen, dass ich morgen wieder einen Golfspielenden Milliardär aus Deutschland kenne mit der Liebe zu Disney und meine Frau noch einen anderen Bekannten hat, der Gärtner bei einem anderen Schloss ist? Ich denke nicht. Ich weiß nicht, was du jetzt zu dem Thema sagst, aber ich denke, dass es schon sehr unrealistisch, das ist auch mal passiert, aber dass es zweimal passiert, ist sehr, sehr schwierig. Deshalb möchte ich kurz zusammenfassen, egal wie geil es läuft bei dir, egal wie groß die Umsätze sind, egal wie schnell dein Porsche fährt und egal wie genau deine Rolex, deine Uhrzeit ansorgt, bedenke, es ist nicht allein dein Verdennis, es hängen viele Faktoren an, die Faktoren kennen sich auch schnell ändern. Ich habe leider Gottes viele, viele nicht, aber ein paar Sterne gesehen, ein paar Stars gesehen in der Branche, die das nicht so verinnerlicht haben, oder sagen wir mal anders, die sich dachten, es geht allem so weiter. Das ist alles Thema mit der Komfortzone. Du kennst was, du weißt, das ist ja so und du denkst, es geht allem so weiter. Zusammenfassend, der hat es mir bitte gefallen und der hat es selber angepasst gefallen, bleibst auf dem Boden, verliert es nicht die ehrlichen Ambitionen, die ist am Anfang von der Karriere K-Pops und bleibst nicht selber eurem treu. Das war es am Sonntag. Gut, dann schauen wir, ob man da ein paar nette Fragen hat, bevor wir aussteigen. Warte mal, wie man das macht, ne, Fragen, ah, da schaut man mehr zu, als du gedenkt hast, das heißt, du führst mal Pizza. Gut, ich möchte allen bedanken, jeden, der zugeschaut hat, jeder, der die Zeit genommen hat, zu kurz mal einzuschnüffeln in unserem ersten Livestream. Ganz, ganz wichtig wäre mir eine Kritik, die kann gerne total ehrlich sein, wir sind kein ausschießt, einfach sagen, was hat das von der Sache gehalten, weil wir brauchen einfach ein Feedback, um zu wissen, wie das bei Enke ankommt. Schreibt es uns gerne auf Facebook oder Instagram. Logisch, liken und follow und kennt das Alben, weil ich Alben sehr gut gesehen, wir haben da so ein Zähler bei uns im Büro, da laufen die, zahlen dann weiter, ich habe nett, das Geräusch zu hören. Und falls es Themen, ob es selber gerne mal besprochen hätte, einfach, dass ich mal ausrede, was ich von gewissen Sachen halte oder gewissen Sachen genauer erkläre, schreibt es das bitte auch. Wir werden das Format, wenn es erfolgreich war, weiterführen und damit würde ich jetzt aussteigen und ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Sonntag.